Hey! Ich bin Benedikta, Miguel, Lena und ich bin Phil. Wir sind die Schlager-Kids! So, jetzt geht's gleich los. Ich hab hier schon den Text von einem Stern. Ich würd sagen, Regie? Warum ich Schlagerliebe ist, weil Schlager zu singen macht Spaß. Hey, ich bin Lena, bin 12 Jahre alt und ich bin bei den Schlager-Kids dabei, weil ich es liebe, natürlich zu singen und weil ich Schlager gerne mag. Und die Girls ausgecheckt. Wenn das jetzt so weiterläuft, dann wird das auch ein crazy Tag, glaube ich. Ich hab nicht wirklich einen Lieblings-Schlager-Star, aber einer meiner Favoriten sind zum Beispiel Helene Fischer oder Andres Gabalier. Also mein Lieblings-Schlager-Star ist Vicky Lerndross, weil ich hab ja auch ein Lied von ihr bei The Voice Kids gesungen. Was kann mir schon geschehen? Ich find das Projekt mega cool und hier sind auch Leute dabei, die ich schon von The Voice Kids gesungen. The Voice Kids kenne und ich versteh mich sehr gut mit dem. Hey, mein Name ist Phil, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Wabanberg, Kassel. Mein Lieblings-Hobby ist auf jeden Fall singen, Rasen mähen und bauen. Ich liebe Schlager, weil es eine der wenigen Musikrichtungen ist, in der man deutsche Liebestexte singt. Und gleich geht's weiter nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nächste Mal in der Nähe und dann ab durch die Mitte, wie du behauptest, alles richtig, wie du rappst. Was für eine geile Zeit, das sind unsere Jahre, was für eine geile Zeit. Discht! Discht! Vielen Dank.